Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part haben wir uns Cobalium gewidmet und nach noch nicht mehr, ich glaube, 10 Bällen war es drin. Heute wollen wir uns um Terakium kümmern, um seinen Bruder, Schwester? Ich weiß nicht ganz genau. Ja, dann wollen wir mal Terakium. So, Terakium ist Gesteinkampf, auch wieder Redlichkeit, Fangrate 3, 1,6% Geschlecht, unbekannt, 1,90 Meter, 260 Kilo. Hier sieht es mit dem Angriff aus. Was ist jetzt? Physische Angreifer, der Rest ist Müll, wobei die Verteidigung, die physische, ein bisschen besser ist als die Spezial, das ist, als, als, obwohl, ne, physische, äh, physische Verteidigung und Spezialverteidigung sind gleich, okay. Fahren wir doch mal mit Adonabelle an. Entschuldigung. Eieieieieiei. Ich dachte wieder, ich muss mir erst wieder irgendein Pokémon suchen, was ich denn Donnerwelle und Blitzball bringe, aber Kronjuwild, wunderbar. Hat zwar keinen Horrorblick drauf, aber ich glaube, es gibt auch gar keine Endcounter, soweit ich richtig informiert bin. Was mich natürlich freut. Also, wobei eigentlich gehört es immer zu einer Pokémon Gender 2, aber... Dieses Terachium klingt voll unfreundlich. Ich glaub dir nichts getragen, Bro. Ich will dich nur fangen. Okay, dann schwächen wir es mal, wo war ein Finter. Oi, check. Ich glaube, bei Terachium ist die Signature-Attacke Steinhagel. Oh Gott. Könntest du mir bitte folgen? Habt ihr auch einen Fall überlassen? Moin, Honk Mok. Na, alles gut bei dir? Äh, ich schau mir dein Profil nach dem Stream mal an. So... Jetzt heißt es nur noch Bälle werfen. Ah, die lieben Finsterbälle. Ah, im First Try nicht. Ich warte eigentlich immer noch drauf, dass irgendwann mal wirklich ein Legendary im First Try drin bleibt. Nein! Nein, 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 nein... Wisschen. Ah, ich gucke mal mit mir. Tee, 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 tee. Mö, tee, 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 tee. Ja, Terachium. Äh, willkommen im Team, würde ich sagen. Tee, 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 tee. Und der Part ging relativ kurz. Aber ich danke euch trotzdem fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Und wir sehen uns im nächsten Part bei Viridium wieder. Bis dann.